Der reiche Kornbauer. Eine Geschichte, die Jesus erzählte. Das ist Hartmut. Hartmut ist Bauer. In diesem Jahr kann er besonders viel Getreide ernten. Da denkt er nach und überlegt sich, einen Extraschub zu bauen, für das viele Getreide, was er noch hat. Er freut sich, weil er dann so viel Getreide angespart hat, dass er es sich gemütlich machen kann und von seinem Ersparten leben kann. Zufrieden mit seinem guten Plan geht Hartmut an diesem Tag ins Bett. Doch in der Nacht stirbt Hartmut und er kann nichts von seinem Reichtum genießen. Jesus hat diese Geschichte erzählt, um den Leuten zu zeigen, dass es nichts bringt, sich auf der Erde Reichtümer anzusammeln, weil sie nach dem Tod nichts mehr wert sind. Jesus tatuelt. ein Untertitelung des ZDF, 2020